Und hier ist sie wieder. Die 10 Euro Überraschung Show. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10 Euro Überraschung Show bei Pearl TV. Herzlich willkommen zu unserer 10 Euro Überraschung Show. Heute erwarten Sie wieder ganz, ganz tolle Produkte. Für nur 10 Euro, aber welche Produkte wissen wir natürlich auch nicht, denn damit werden wir von unserer hübschen Diana heute überrascht. Und wir freuen uns, denn wir starten direkt mal. Sie dürften immer bis zu 5 Mal bestellen, außer bei unserem Preiserlauben. Da leider nur einmal. Und ich würde sagen, es geht jetzt los. Oh yes, das war mein Go zum Wasserschlag. Ich bin gespannt, wo die Reise heute hingeht, aber ich bin mir ganz sicher, da ist auch schon mal die ein oder andere Kleinigkeit zum Verschenken dabei. Vielleicht auch mal Nikolaus denken oder ähnliches. Und wir beginnen mit, oi, ja, das wäre jetzt ein Geschenk, was Sie mir ohne Probleme schenken könnten. Das ist eben, das ist gepasst. Ja, Achtung, das ist etwas, kennen Sie das, man stellt sich morgens neben den Computer eine Tasse Kaffee und dann konzentriertet man sich und arbeitet. Und bis man das nächste Mal hingreift, ist der Kaffee kalt. Ja. Kennen wir alle. Guck mal, was wir hier haben. Guck mal, ich gebe das gerade mal an euch weiter. Warmhalteplatte, USB und den Isolierbecher dazu. Das heißt, kalter Kaffee ist dann Schnee von gestern. Gucken Sie. Oh ja, das ist sehr schön. Vor allem mit dem Deckel auch, ist das cool, ne? Ich sage mal, passiert euch das auch beim Vorbereiten, dass man am Rechner sitzt und irgendein heißes Getränk hat und bis man das nächste Mal hingreift, ist es kalt? Ja, bei mir auch passiert sehr oft und dann gehe ich immer zur Mikrowelle und muss das immer noch wärmen und das ist wirklich nervt. Hier, Sie brauchen das gar nichts mehr machen für Tee, für Kaffee, für vielleicht auch leckeren Kakao oder vielleicht später auch für leckeren Glühwein. Ich glaube, das passt auch sehr gut. Glühwein. Das geht auch bei mir, aber es ist jetzt sehr äußerst. Ach so, wenn es umfällt, dann gibt es keine Sauerei, das ist klasse. Aber ich habe schon Geschenkideen gehabt. Vielleicht haben Sie den einen oder anderen Arbeitskollegen, wenn Sie in dem Büro arbeiten, der auch immer sagt, Mensch, jetzt ist der Kaffee schon wieder kalt. Dann wäre das doch eine nette Kleinigkeit. Ich glaube, 10 Euro, das ist noch im erträglichen Rahmen. Ja, was trinkst du morgens, Tracy? Kaffee normalerweise, aber manchmal auch einen Tee. Hauptsache warm, oder? Hauptsache warm, das ist das Wichtigste. Aber ich kenne das auch, dass ich morgens gerade noch irgendwas anderes mache und dann wird der Kaffee schnell kalt und schwupps, schmeckt der Kaffee nicht mehr richtig gut. Und wenn man gerade jetzt hier mal morgens am Laptop arbeitet und irgendwie noch eine längere E-Mail schreibt, ja, und da vergehen jetzt zwei, drei, vier Minuten, dann bleibt der Kaffee natürlich schön warm. Und das finde ich natürlich super wichtig, denn nur so schmeckt der Kaffee, oder Ralf? Ja, da schreibt auch Philipp aus Bayreuth, schön, der Kaffee wird nicht mehr kalt beim Arbeiten. Und der Adam schreibt uns aus Wiedenbrück, super Sache, wie schnell ist der Kaffee kalt, zum Beispiel im Büro, jetzt nicht mehr, da der Kaffee immer auf Temperatur gehalten wird. Also eine tolle, tolle Sache als Geschenkidee oder für Sie selber. Die Bestellnummer ist die PE6641 und die 569. Nochmal, es ist dieser USB-Wärmeplatte, warmehalteplatte und natürlich der Isolierbecher inklusive des Deckels. Und das alles für 10 Euro, also ich finde das eine schöne Sache, hätte man schon viel früher drauf kommen können. Absolut genial und vor allem auch gerade als Geschenk ist das wirklich was, was man noch nicht so häufig in der Regel, beziehungsweise fast gar nicht verschenkt hat. Ich wäre da nicht auf die Idee gekommen, aber jetzt hier in der 10-Euro-Show natürlich perfekt, dass Sie diese Geschenkidee entdeckt haben. Oder auch mal Idee für den eigenen Schreibtisch, das ist glaube ich echt so ein Diskussionsthema dann im Büro. Wenn einer es hat, wollen es alle haben, glaube ich. Also da sollten Sie definitiv vielleicht nicht nur einmal, sondern mehrfach zugreifen. Ja, bis zu fünfmal, das wissen Sie, dürfen Sie zugreifen, wenn Sie nichts anderes sagen. Also aber immer schnell sein, wenn Ihnen was gefällt. Wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent für 10 Euro. Magst du mir da was an? Ja, wobei ich dachte, deine Finger zucken können. Das ist so, ob du willst. Du darfst, du darfst, gell. So, also schauen wir mal. Ich hoffe ja immer, dass es Spielzeug gibt. Hast du eine Lieblingskategorie? Nee, ich lasse mich gerne überraschen. Ich finde es ja immer schön, wenn man Dinge hier in der 10-Euro-Show hat, wo man sagt, das darf man jetzt nicht vorbeigehen lassen. Das ist das, was ich immer als das Muss in der Sendung bezeichne. Von der Größe her hätte ich gesagt Schmuck und ich glaube, ich liege auch gar nicht so falsch. Es ist eine Uhr. Bitte schön. Und eine Uhr für 10 Euro. Wow, in schwarz. Sehr elegant, sehr praktisch. Und passt zu dir gerade auch perfekt, ne? Ja, gell? Mit dem Armband auch, man findet sich das schön wieder. Und vor allem, was ich sehr cool an der Uhr finde, ist, dass die Uhrzeit wirklich sehr klar erkennbar hier ist. Das finde ich immer ganz wichtig. Da hat man die Uhrzeit natürlich immer direkt auf einen Blick. Ich finde eine Uhr immer ganz, ganz wichtig. Und vor allem, wenn du sie nicht im Blick hast, weil du vielleicht nicht so gut sehen kannst, kann diese Uhr auch mit dir sprechen. Ach was, wo drücke ich denn da drauf? Schau, da unten steht Talking. Talking. Halt mal an dein Mikrofon. Schauen wir mal. Also wunderbar. Ich hoffe, Sie haben es gehört über das Mikrofon. 20 Uhr, hier, 19 Uhr und 4 Minuten deutlich angesagt. Also ich finde schon allein den Retro-Look so toll. Ja, weil diese Uhren waren mal 70er, 80er, waren sie absolut hip. Ja, ist jetzt ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber alles, was retro ist, ist doch wieder modern. Und jetzt hat die noch ein paar Sondereinheiten mit. Aber da sind noch mehr Knöpfe drauf. Lies mal, die muss noch viel mehr können, oder? Ja, sie kann sprechen, Zeit zu zeigen. Sie können auch... Minute, Stunde, Wochentag und Datum kann die zeigen. Ach was. Und sagen natürlich, also den Wochentag kann sie auch sagen. Und zwar gut verständlich. Ja, das haben wir ja gerade gehört. Sehr gut verständlich. Ich war überrascht. Es gibt ja also, es ist ja ein Sprechchip drin. Und es gibt Chips, da musst du immer sagen, hä, was hat der jetzt gerade gesagt? Ich glaube, das hat jeder, auch Sie, mit Sicherheit zu Hause verstanden. Ich finde das Armband schön. Es hat diese Größe. Ja. Jetzt muss ich natürlich fragen, ist das euch Damen zu breit? Ist das jetzt nur eine Herrenuhr, oder? Nein, ich glaube, das ist Unisex-Modell. Ich glaube auch. Jetzt ist es im Trend auch, so größere Accessoire zu haben. Und das ist wirklich jetzt Retro-Stil im Trend. Also wirklich, Sie können sehr, sehr gut aussehen, vielleicht so mit einem Hemd. Also ich liebe sowas. Und die Farbe schwarz dazu, das gibt dir auch dieses Gefühl, dass du siehst gut aus, das passt zu jedem Outfit auch. Und dass Sie sprechen, sogar für 10 Euro, das ist natürlich Highlight. Ja, eine sprechende Uhr für 10 Euro. Und dann noch im Retro-Look, das ist ja, also wirklich, ist vielleicht auch fast für so einen, der schon alles hat, ja? Da sagst du, jetzt hast du mal eine ganz andere Uhr und jetzt, guck mal, die spricht dir auch noch vor. Also echt, ich finde es granatenmäßig für 10 Euro. Weil normalerweise, das ist ja batteriebetrieben, wenn ich an der alten Uhr eine Batterie wechseln lasse, zahle ich nur für die Batterie schon 10 Euro oder mehr. Ja, da ist eine nagelneue Uhr mit Batterie und die kostet komplett nur 10 Euro. Also wirklich ein toller Preis. Ja, und mal eine außergewöhnliche Form. Also ich war in der Zeit anscheinend noch nicht geboren, wo die so im Trend waren. Aber trotz alledem, also hätte ich das jetzt nicht gewusst, hätte ich gesagt, das ist eine topmoderne Uhr. Aber dass die mal schon mal Trend war, ist natürlich eine Sache, dass man sagen kann, die ist schon vom Design her gewährt. Also ich kann dir sagen, in den 80ern, da hast du richtig viel Geld dafür bezahlt, als die ersten LCD-Uhren rauskamen. Die hatten dann meistens sogar noch rot blinkend, wenn du das wolltest. Also ich kann mich da noch genau erinnern. Aber das, klar, alles, was mal in war, kommt wieder. Ich warte nur, bis die Schlaghosen und die Plateauschuhe aus den 70ern wiederkommen. Die Schlaghosen sind schon da. Sind schon wieder auf. Aber hallo, ja wirklich, die sind volle Kanone wieder da. Hab ich verpasst. Und dann so 90er-Jahre-Style mit so diesen dicken, fetten Turnschuhen-Sleeckern. Also Zleecker kann man da schon gar nicht mehr zu sagen. Es kommt alles zurück. So, die NC 71,90 und die 569 war die Bestellung für diese schicke Uhr. Für nur 10 Euro. Ich meine, wie viel Mark hat die damals gekostet? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe mir keine gekauft, aber war sehr teuer, das weiß ich. Ja. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir was für die Küche. Wollte ich gerade sagen, wenn es zerbrechlich ist für die Küche. Und zwar haben wir einen Profi-Apfelschäler und Schneider. Jetzt weiß ich, warum die Redaktion heute einen Apfel von mir geklaut hat. Kennt ihr das? Das ist dein Apfel. Also, es gibt zwei Arten, wie Äpfel am besten schmecken. Die erste Art ist, wenn es Oma geschädelt hat. Ja, Oma haben wir jetzt nicht da mit ihrem eigenen Taschenmesser. Das kennen wir alle noch. Und die zweite Art ist ganz klar das. Ich liebe es, weil ich habe es auch zu Hause. Wir sehen, wir stecken hier jetzt einfach mal einen Apfel obendrauf. Und jetzt können wir hier ganz einfach anfahren, bis hier vorne. Und jetzt fangen wir an zu drehen. Und guck mal, was jetzt passiert. Weil ich mache das über den Teller. Warte, das ist die falsche Seite. Was ist die falsche Seite? Ich sehe jetzt, also ich habe jetzt perfekt den Blick drauf. Ah, also guck mal, guck mal. Jetzt habe ich natürlich die Schälung ein bisschen grob eingestellt. Das müssen Sie justieren. Jetzt haben wir dicke Schälen. Aber jetzt, guck mal. Ach, das ist super. Und weißt du, was wir jetzt noch haben? Jetzt guck mal her. Pass mal auf. Willst du es mal festhalten? Oh nein, wie cool. Jetzt haben wir erstens mal Apfelschalen-Spaghetti. Guck mal jetzt. Und wir haben spiralförmig geschnittene Apfel. Und jetzt für Apfelkuchen, für Reibekuchen, für sowas. Oder auch zum Soh-Essen. Ich finde auch zum Soh-Essen animiert es natürlich, einfach mal gesund einen Apfel mal zu sich zu nehmen. Ja, so wird das wirklich praktisch. Esst ihr auch gerne Äpfel? Ich liebe Äpfel. Darf ich? Komm, du willst uns diesen hier bitte? Vielen Dank. Yummy, lecker, lecker, lecker. Aber jeder, der schon mal einen Apfel geschält hat, weiß, wie lange du da dran bist. Und hier gerade, wenn jemand einen Apfelkuchen macht, ist das perfekt. Oder man paniert es jetzt ganz einfach. Ich glaube, oder anbraten ist das so schön. Und so, ich sage jetzt noch mal, so schmeckt ein Apfel einfach richtig gut. Ja, ich finde auch, das Auge ist natürlich auch mit. Und wenn das Ganze einfach auch schöner aussieht, dann isst man halt eben auch lieber mal einen Apfel mehr. Ja, vor allem, hier haben wir gleich drei in ein. Ein Apfelschäler spart natürlich sehr viel Zeit und auch Mühe, weil, Sie haben es gesehen, man kann das ganz einfach ausstecken. Dann dreht man an der Kurbel und schon ist der Apfel ready und fertig. Was ich toll finde, das ist das Vollmetall. Also oftmals kriegt man ja heutzutage nur noch Kunststoffhaushaltsgeräte. Das ist ganz einfach Vollmetall. Sagst du uns noch kurz die Bestellnummer? Ja, das ist die PE 4873 und die 569. Für 10 Euro wirklich sehr nützlich. Sollte man auf jeden Fall in der Küche haben, jetzt bestellen. Und jetzt geht es weiter. Übrigens bekommt man damit auch Kinder zum Apfelessen. Man soll ja immer schauen, dass man genügend Obst für die Kinder hat. Jetzt haben wir einen Preisalarm. Und das heißt, hier kommt ein Produkt, welches normalerweise extrem hochpreisiger ist. Aber wir haben es auf 10 Euro reduziert mit der Einschränkung maximal ein Stück pro Besteller. Und jetzt haben wir, auch das ist auch richtig, zur Backzeit. Oh, super. Jetzt um die Schalen geht es nicht. Ach so. Da stellen wir es einfach mal drauf auf den Tisch. Es geht um das, was jetzt kommt. Oh, mega schön. Das ist eine Küchenwaage, oder? Richtig, richtig. Aber nicht nur eine ganz normale Küchenwaage, sondern ich muss sagen, eines der schönsten Küchenwaagen, die ich jemals gesehen habe. Also so elegant. Das ist ja wirklich unglaublich. Ich muss sagen, ich habe eine Küchenwaage zu Hause, die ist nicht so schön. Und ich finde, die verstecke ich dann immer in den Schubladen. Aber die hier ist natürlich wunderschön. Also das Design gerade, super. Die lässt man einfach stehen in der Küche. Oder hängst du sie hin. Du seht auch, das ist eine Edelstahl-Oberfläche. Und jetzt kannst du bis 10 Kilo abwiegen. Aufs Gramm genau. Natürlich haben wir auch eine Zuwieger, also eine Tara-Funktion. Das Ganze ist auch spritzwassergeschützt. Also gegen in der Küche übliche Spritzwasser. Bestens geeignet eben. Leicht zu reinigen. Das ist auch immer wichtig. Beim Backen bleibt es ja nicht immer so ganz sauber. Und dementsprechend ist das also wirklich eine tolle Sache. Display auszufahren. Das haben wir auch gerade gesehen. Schauen Sie mal da jetzt. Und jetzt können wir mal wiegen, was was wiegt. Also ich finde das toll. Ich weiß, Diana backt wie ein Weltmeister. Bist du auch der Back? Also ich bin mehr der Esser als der Backer. Oder der Bäcker. Machst du gerne? Backst du selber? Selten, aber wenn, dann gerne, ja. In der Weihnachtsbäckerei. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin Team Essen, so wie du. Also zum Muttern, Teignaschen und nachher die fertigen Benutzung. Auch das, egal wo, wo es Kuchen gibt, esse ich gerne. Wobei ich habe jetzt kürzlich das erste Mal gebacken. Okay, hat es funktioniert? Mit einer Backmischung. Okay, gut. An Anfang ist schwer, man fängt ja immer mal an. Aber auch da sind ja Zutaten wichtig bei der Backmischung. Ja, ja, da habe ich ja auch ganz genau aufs Gramm gewogen. Weil da will man ja nichts falsch machen. Butter, dann noch oder Milch, das muss auch alles zu gewagen. Hefe ist immer ganz wichtig, dass man genau richtig reinmacht, oder? Ja, natürlich. Zu viele sind gut zu... Ja, das weiß ich auch. So, wie viel Mehl hast du jetzt? Ich habe jetzt, ich versuche mal 10, genau. 10 Gramm habe ich auch. Jetzt kann die Tata-Funktionen drucken und dann zum Beispiel das Witzschon. Und hier, ich habe noch ein Zutat. Ah, genau. Das mache ich auch. Was brauchen wir denn? Also ich finde es auch schön, weil die Küchenwagen, die man bisher kennt, die sind immer so groß und sperrig. Wenn man sie nicht benutzt, nehmen die unglaublich viel Platz weg im Schrank. Hier, das hängt man an die Wand oder stellt es flach irgendwo rein, nimmt fast keinen Platz weg und sieht super aus. Ich könnte mir das auch im Büro vorstellen für Porto oder für Pakete, die man hier mit abwiegen kann. Und dann sollte man ja auch genau schauen. Also ich finde es toll. Das ist das Schöne, dass du auch im Büro so eine schöne Waage hast und so ein modernes Design fügt sich da sehr, sehr gut ein. Das hat mal endlich keinen typischen Küchenwagen-Look. Also wirklich super universal einsetzbar. Also die Edelstahloberfläche gefällt mir. Schauen wir mal gemeinsam auf Pearl.de. Da sehen wir 21 Euro in der Premium-Serie. Also am meisten bestellt, am besten bewertet. Jetzt 10 Euro. Die Bestellnummer ist die ZX 6161. Und Diana hat mir dieses Jahr eine Linzer-Torte versprochen. Mit heute war eine Linzer-Torte. Die hast aber nicht du gebacken. Die hast du nicht du gebacken, Diana. Ja, ich bin gespannt. War auch sehr lecker. Aber ich weiß auch, meine Tochter macht mit meinen Enkeln immer so Backsessions. Und die haben riesen Spaß daran. Also für Kinder ist das ein Highlight. Aber es müssen natürlich die Zutaten stimmen, damit auch das Ergebnis stimmt. Ja, guck mal, das passt doch perfekt. Diese Apfelschäler-Geschichte. Ach so, jetzt ja, Apfelkuchenback. Warum nicht? Super, haben wir fast komplett. So. Weiter geht's. Ja, super. Genau darauf habe ich gewartet, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, weil ich bei einem vorherigen Produkt schon diese Aufbewahrungsbehälter gesehen habe. Und dachte, oh ja, toll. Wie viele sind? Da war ich fast ein bisschen enttäuscht. So, jetzt höre ich gerade, wir sind unserer Zeit wieder ein bisschen voraus. Jetzt haben wir noch etwas, ein elektronisches Produkt, auch ganz wichtig. Also Sie sehen, das ist eine Live-Show, da kann mal das falsche Produkt reinkommen. Wir haben einen Videocrapper. Und ein Videocrapper ergibt Ihnen die Möglichkeit, mit einem Abspielgerät und einem Computer jetzt direkt alte Videos zu digitalisieren. Das ist genial für 10 Euro. Ich weiß, wir haben das normal auch im Live-Programm bei Digitalisier-Sendungen. Und 10 Euro ist enorm. Also da muss ich wirklich sagen, überrascht mich jetzt selber. Wenn wir die Anschlüsse anschauen, wir haben einmal für ein Video-Abspielgerät diese drei Cinch-Anschlüsse. Rot, weiß und gelb. Gelb ist immer das Videosignal. Aber auch, wir haben einen S-Video-Anschluss. Und diesen Anschluss haben oftmals erhalten Videokameras. Also wenn man nur noch die Kamera hat und die kleinen Kassetten, kann man das jetzt hier ganz einfach über USB, hoppla, ja, hier ist es richtig, in den Computer einspielen. Und das Programm ist auch dabei. Und schon hast du sowas einfachst auf dem Computer digitalisiert. Das ist ja genial gemacht. Also das für 10 Euro hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Muss ich wirklich sagen. Also ich meine regulär um die 22, 23 Euro, wenn ich es jetzt richtig im Hinterkopf habe. Aber wie gesagt, man braucht halt beides. Man braucht noch ein Abspielgerät oder Kamera und man braucht einen Computer. Und dann kann man wirklich direkt die Videokassetten digitalisieren. Und das hatten wir heute schon mal in einer Sendung im Thema Es ist höchste Zeit. Die entmagnetisieren sich die Videobänder und sind dann irgendwann mal verschwunden, auch wenn sie sie hervorragend lagern. Und deshalb, sowas jetzt für 10 Euro, Wahnsinn. Ja, wirklich super. Also gerade diese Videogeschichten, wir schwecken so gerne in Erinnerungen. Aber Videokassetten, die spielt man immer seltener ab, weil meistens ist der Videorekorder schon in irgendeinem Regal gelandet. Da musst du den rausholen extra und so weiter. Wenn du den jetzt einmalig rausholst, um alles zu digitalisieren, ist das eine tolle Sache, weil auf dem Computer abgelegt zum Beispiel, drückst du dir sowas viel, viel häufiger an. Und du kannst es vervielfältigen und bearbeiten. Die Bestellnummer ist die PX8048 und die 569, ein Videocrapper der Extraklasse. Das ist absolut ein Hammerpreis. Und ich weiß, wie gerne unsere Zuschauer digitalisieren. Und wenn sie noch alte Videos haben, private Videos, dann ist höchste Eisenbahn, das zu machen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, weil ich die digitalisierende Branche kenne, günstiger kann es nicht sein. Da bin ich auch überzeugt von. So. Ich könnte wecken, was jetzt kommt. Was denn? Aufbewahrungslos. Oh, wow. Ja, ich bin so. Dankeschön. Ich habe so ein bisschen so hellseherische Fähigkeiten. Aber sag mal, wie viel sind das? Wir hatten eben vorgespult, ne? Ja, ja. Wie viel sind das? Das sind acht Frischhalte. Wow. Und acht Deckel, also 16 teilig. Zehn Euro. Und zwar jetzt nicht irgendwelche Frischhalte-Dosen, sondern mit richtig tollen Verschlüssen, muss man sagen. Richtig stabil aus robustem Kunststoff, aber natürlich BPA-frei, da achten wir drauf. Und vor allem dieser Klickverschluss, den hören Sie jetzt hier schon im Studio die ganze Zeit klicken, ist genial, weil Sie damit alles sicher verschlossen haben. Der ist zuverlässig. Luftventil ist auch noch mit dabei. Das heißt, wenn Sie möchten, ist das Ganze auch luftdurchlässig. Also da kriegt man alles rein. Weißt du, warum dieses Luftventil auch da ist? Erzähl. Für die Mikrowelle. Das ist Mikrowellen-Geschirr. Du kannst also auch was warm machen, aber wenn du den Deckel drauflässt, so, wird ja zu viel Druck aufgebaut, dann könnte der Deckel runtersprengen. Und deshalb ist dieses Ventil da und dann kannst du es so in die Mikrowelle. Und da unten ist unglaublich, was da alles ist. Das müsste Spülmaschinen geeignet sein, Gefrierfach geeignet, ja, dann natürlich auch eben Mikrowellen geeignet, Spülmaschinen geeignet, alles. Also damit kann man eigentlich alles machen. Was ich schön finde, und das sehen wir an dem roten, die Dichtungsring, und zwar in allen Größen. Hier kannst du auch Flüssigkeiten reinmachen, dann machen wir hier wieder zu. Aber dann laufen auch Dressing oder Soßen eben nicht aus, auch wenn es mal in Schieflage kommt. Ja, das ist ganz cool. Guck mal, du hast hier wirklich für die ganze Woche die perfekte Lunchbox auch da. Also ich würde sagen, fürs Dressing hier die kleinere, runde Box. Dann hast du die große Box für den Salat, genau, richtig. Dann vielleicht noch so ein paar Gemüse-Sticks oder Karotten-Sticks in dem großen, rechteckigen, also in dem kleinen, rechteckigen Ding. Also sie haben da alles dabei, wie sie merken, ob für Suppen, für Gemüse oder Reis. Diana, du bringst ja auch immer super viel mit. Die wären doch jetzt auch perfekt für dich. Oder hast du die schon? Ich habe die schon, natürlich habe ich die schon gekauft. Und ich würde noch mehr kaufen, weil manchmal, ich gebe zum Beispiel jemanden das Essen und die bringen zurück meine Boxe nicht. Die begrüßen deine Monika. Aber für 10 Uhr, ich glaube, ich habe viel, viel mehr bezahlt. Wisst ihr, was mir hier auch gefällt, ist, die passen ineinander, also größenmäßig, wenn man sie nicht braucht. Also wenig Platz im Schrank. Aber wenn man sie braucht, sind sie wunderbar stapelbar. Auch im Kühlschrank da natürlich. Und vor allem, man kann sie eben überall, Spülmaschine, Gefrierschrank, Mikrowelle, also wirklich überall verwenden. Ich finde es toll. Und ich weiß, dass es so Kunststoffschalen gibt, da zahlst du für so eine große schon allein 10 Euro. Wenn sie Mikrowellen geeignet und, und, und sein soll. Und jetzt haben wir hier acht dieser Boxen, also vier rechteckige, zwei quadratische, zwei runde und acht Deckel auch noch dazu. Und das für 10 Euro. Das ist ein toller Preis. Das ist absolut faszinierend, wie wir auch das hier wieder möglich machen. Also das ist mein Muss in dieser Sendung. Das Produkt, auf das ich immer warte, wo man einfach sagt, da kommen Sie nicht umhin, als jetzt dieses Schnäppchen hier direkt mit nach Hause zu kassieren. Weil der Preis ist genial. Da sehen Sie, bei Pöl.de liegt der Preis normalerweise bei 22 Euro. Das heißt, wir haben über die Hälfte reduziert. Ist kein Preisalarm. Sprich, Sie dürfen bis zu fünfmal bestellen. Also stellen Sie sich hier Ihr beliebiges Set zusammen. So kommen in einem Set für nur 10 Euro acht Dosen zu Ihnen nach Hause. Acht für 10 Euro. Genial. Die Bestellnummer ist die NX9169 und die 569. Vier rechteckige Dosen, die zwei quadratischen Dosen und zwei runde Dosen. Das macht das Set komplett. Und da sind alle hellauf begeistert. Viele Kundenzuschriften und natürlich hier bei uns auch im Kollegenkreis. Also im Haushalt waren wir jetzt auch. Elektronik hatten wir. Jetzt bin ich gespannt, wo es jetzt hingeht. Dankeschön. Es kleppert auf jeden Fall. Es ist ein... Das hört sich nach Metall an. Genau, ein Safe. So ein Schlüssel-Safe vielleicht. Echt? Ja, pack mal aus. Eine Spardose. Oh Mann. Werkzeug. Ich sehe es schon. Rebecca, erklär uns mal das Werkzeug. Das hätte aber auch eine Spardose sein können. Darf ich? Vom Geräusch. Ja, bitte. Weißt du, was das ist? Kommt jemand drauf? Du hast jetzt den schlauen Zettel. Ich weiß es. Aber weiß jemand von euch, was das ist? Also es sind auf jeden Fall Bohreraufsätze dabei. Bohrer, ja. Aber, und das ist noch viel wichtiger, ich muss es jetzt nur gerade mal aufkriegen. Warte mal. So, jetzt haben wir es. Es sind Gewindeschneider. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Dass jeder, der mal ein kaputtes Gewinde irgendwo hatte, weiß, dass es verdammt schwer ist. Oder wenn du irgendwo ein frisches Gewinde machen willst, in Kunststoff oder in Metall. Und da haben wir jetzt alle Größen, also alle von M3 bis zu M12. Hier ist, das ist der Gewindeschneider. Das nimmst du zum, weil man das händisch machen sollte, nicht mit einem Akkuschrauber oder so, weil du langsam drehen sollst. Und so was ist eine tolle, tolle Erweiterung für jede Werkzeugkiste. Das ist ja auch schön gemacht mit diesem Set. Und hinten dran sind natürlich Metallbohrer, weil hauptsächlich macht man so was eben in Metall oder Kunststoff. Und da sehen wir das, das hier nachher einfach aufsetzen und dann das neue Gewinde reindrehen. Das macht man zum Beispiel, wenn ein Gewinde mal kaputt ist, dann nimmt man das nächstgrößere, schneidet ein neues rein oder wenn irgendwo ein frisches Gewinde gemacht werden soll. Was ich toll finde, ist dieser Metallaufbewahrungsbox. Man hat es immer griffbereit. Man braucht es nicht so oft. Jeder, der handwerklich ein bisschen was zu tun hat, weiß, so oft braucht man es nicht. Aber wenn man es mal braucht, wo kriege ich das auf die Schnelle her? Und ich glaube, für 10 Euro kann man sich das ruhig mal auf Halde legen. Ich meine, gerade diese Bohreraufsätze brauchst du ja sowieso. Ich weiß nicht, wie viele solche. Deutlich mehr, ja. Also deutlich mehr. Normalerweise? Also das sind Metallbohrer, ja. In der Qualität richtig nur die Bohrer normalerweise schon mehr als 10 Euro. Ja, da muss ich auch gedacht. Also schon allein, wenn du diese Bohrer nicht hast oder da zwei, drei fehlen, lohnt es sich ja schon, das Set mitzunehmen. Dann bist du für den Fall der Fälle auch noch mitgerüstet. Ich meine, das ist ja auch so schön verpackt. Also das ist ja nicht nur eine Verkaufsverpackung in dem Fall, sondern einfach auch für sie eine super schöne Aufbewahrungsart und richtig schön robust. So wünscht man sich das in der Werkstatt. Mit einem Mal alles zur Hand. Ganz genau. Und das können Sie jetzt natürlich bestellen für nur 10 Euro. Ich nenne Ihnen jetzt die Artikelnummer hierfür. Das ist die ZX 7022 und die 569. Wie schon gesagt, haben Sie gleich ein Bohrer- und Gewindebohrer-Set mit dabei. Eben für Metall oder auch Kunststoff. Und ich finde, damit hat man halt wirklich auch mal eine Grundausstattung mit zu Hause. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und wenn man irgendwo ein Gewinde kaputt ist, ist es eigentlich das Werkstück kaputt, weil man eigentlich selber keinen Gewinde schneiden kann. Hiermit ist es ein Kinderspiel, glauben Sie es mir. Ich habe es selber schon gemacht und ich bin kein Metallprofi. Magst du noch mal buzzern? Gerne, lasse ich mir nicht zweimal sagen. Okay, also Werkzeug hatten wir auch. Jetzt für ein Deko was Schönes. Oh ja, stimmt, hatten wir noch gar nicht diese Sendung, ne? Oh, der andere hat uns noch richtig schön das gebracht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ist eine Lampe, die meine Enkel lieben. Es gibt ja so viele Produkte, die ich auch meinen Enkeln mal geschenkt habe, weil ich sie so faszinierend finde. Gerne, möchtest du auch eine? Aber klar, ich liebe diese Lampe. Und meine Enkelin, die ist jetzt 12, die nimmt die als Nachtlicht oder Einschlaflicht. Sehr gut. Jetzt haben wir noch eine Fernbedienung, jetzt müssen Sie sich gerade mal schauen, welches. Ja, da sind wir. Ja, guck mal, du bekommst doch eine Fernbedienung. Ah, super. Bitteschön, Diana auch. Ich glaube, ein bisschen hell, ne? Ich finde ein bisschen. Dann mach es doch mal dunkel. Ja. So, das sieht wirklich auch aus aus von der Struktur wie ein Mond. Man kann sie, das Sie sehen, Diana kennt die auch, auch mit ganz einfachem Touch kann man die anschalten und dann natürlich auch die Farbe verändern. Das ist, ich glaube, das ist meine Fernbedienung. Ja, da haben wir jetzt doch die Fernbedienung verschoben. Warte mal. Aber guck mal, mit der Halterung, die auch direkt mit dabei ist aus dem Holz, ist das total genial. Ich finde die so, so schön, diese Deko-Mondleuchte. Also die steht auch auf meinem Wunschzettel drauf. Das ist so was, das kannst du super gut verschenken. Erwachsenen, aber auch Kindern. Also da freut sich jeder drüber, weil es einfach nur ein Highlight ist. Das ist nicht einfach nur buntes Licht. Du hast jetzt irgendwas. Diese Struktur, ne? Das ist das, was so besonders wird. Guck mal, Diana hat jetzt irgendwas Mystisches an sich, oder? Die sagt uns jetzt gleich die Zukunft voraus. Ich kann Ihnen die Zukunft voraussagen, wenn Sie da nicht schnell genug sind, die bekommen Sie dann nicht mehr. Guck mal, ganz viel Energie fährt gerade durch Sie durch. Und pass auf, warum das für meine Enkelin auch noch so wichtig war, ist, sie hat so ein Etagenbett. Also oben und unten drunter ihren Schreibtisch. Und oben ist keine Steckdose. Da kann sie gar kein anderes Nachtlicht nutzen. Das hier kannst du auch stromlos. Das ist akkubetrieben. Und wenn man es mal vergisst auszumachen, geht halt der Akku leer. Dann lädt man es am nächsten Tag wieder. Also auf Klopfen mit der Fernbedienung, alle Regenbogenfarben und eine Mondleuchte und das alles für 10 Euro. Ich finde es klasse. Genial, auch tagsüber einfach schön. Wenn diese Mondleuchte eben nicht farbig leuchtet, hat sie trotzdem noch diesen Mondlook. Also diese Struktur ist ja immer noch da. Und ein Mond ist ja klassischerweise auch so von der Farbe, wenn wir Menschen ihn von unten beobachten. Also passt das total bei Tage wie auch bei Nacht. Eine wunderschöne, besondere Sache, vielleicht der Geschenketipp für Sie jetzt zu Weihnachten oder in der Adventszeit. Die Bestellnummer ist die NX 89 65 und die 569 für diese wunderschöne Mondleuchte. Das ist definitiv ein super, super fairer Preis. Haben wir nicht alle Tage hier in unserer 10-Euro-Show. Deswegen seien Sie da bitte schnell. Reifen Sie schnell zum Hörer. Wählen Sie die 08 51 51 mit 3 mal die 4. Und dann haben Sie hier in dieser Sendung, möchte ich wetten, ganz, ganz viele Produkte entdeckt, die jetzt direkt in Ihren Einkaufskorb sollten oder gar müssen. Also seien Sie schnell, lassen Sie nicht zu viel Zeit verstreichen, denn die TV-Sonderpreise gelten ja exklusiv für Sie. Nur jetzt, solange der Vorrat reicht oder allerspätestens die nächsten 2 Stunden. Und dann viel Freude damit.